Oh mein Gott, guckt euch das mal an, wie süß das einfach aussieht. Vielleicht funktioniert das nur mit den... Ihr habt's weggeschmissen! Wofür? Keine Ahnung. Hey Leute, was geht? Katja hier bei Schwimms und Games. Und Leute, ich bin heute in Toka Live World. Und das heißt, ich habe heute ein paar Live-Hacks vorbereitet. Und zwar, Leute, es gibt bald ein Update. Ja, das wollte ich auf jeden Fall. Darauf wollte ich hinaus. Es gibt bald ein Update. Es gibt eine neue Motion. Es gibt neue Live-Hacks. Es gibt neue Secrets. Und es ist einfach alles neu. Vor allem ab nächster Woche wird es alles nochmal neu sein. Und ab nächster Woche werde ich euch mal ein bisschen was... Die neue Location natürlich zeigen. Wir kriegen eine neue Location, Leute. Und zwar möchte ich jetzt in den Toka Mix reingehen. Und ein paar Sneak-Mix mir anschauen. Ich finde es bis jetzt gerade noch richtig witzig, wie Toka Live Mix, also die Schrift von Mix, es ist immer noch sommerlich. Es ist sommerlich. Es ist November und wir haben immer noch Sommer. Toka Burka, ja, das ist doch Sommer. Das ist Hochsommer jetzt gerade, was wir haben. Manche Leute möchten einfach nur nicht in Weihnachten oder so rein. Aber ist okay. Ist okay. Aber Leute, wir kriegen diese Woche, ich glaube, Ende dieser Woche kriegen wir ein Train Station. Bahnhof. Wir kriegen einen Bahnhof, Leute. Wir kriegen einen Bahnhof. Und oh mein Gott, guckt euch das mal an, wie süß das einfach aussieht. Das heißt Central Station, also quasi ein Zentralbahnhof. Also so Bahnhof. Bahnhof halt, ne? Ähm. Zentrale Station. Ich sollte es vielleicht nicht wörtlich übersetzen, weil es kommt eh dann noch eine offizielle Übersetzung. Und oh mein Gott. Was brauchen wir auf jeden Fall für eine Zugfahrt? Was brauchen wir? Wir brauchen entweder ein Getränk oder einen Koffer. Ich würde mal sagen Koffer, ehrlich gesagt, Leute. Also Koffer braucht man schon unbedingt für eine Zugfahrt. Und oh mein Gott, sieht der Zug richtig süß aus, Leute. Wir haben hier eine Katze. Wir haben hier, ähm, ich weiß nicht, ob das Auto tatsächlich neu ist. Aber ich glaube, wir haben ein neues Getränk, neuen Koffer. Neue Katze, glaube ich, nicht unbedingt. Aber wir haben auch einen Laptop. Und oh mein Gott, ich freue mich wirklich. Das ist das, worüber ich hinausgehen wollte. Ich habe, glaube ich, auch mal einfach nur so ein bisschen erzählt, dass vielleicht, das wäre richtig cool, wenn wir so eine U-Bahn-Station haben würden in Tokaboka. Und wir kriegen keine U-Bahn, aber wir kriegen dafür einen Bahnhof. Wie cool ist das denn? Und anscheinend kann man dann sehr wahrscheinlich durch die ganzen, vielleicht, ich bin mir nicht sicher, durch die ganzen anderen Locations einfach nur rumspringen. Ich bin, ich, ich bin hier richtig hyped, Leute. Das ist mega cool. Ähm, Toka Gift Check. Das, äh, wir hatten auf jeden Fall ein, äh, Geschenk gehabt. Auch was mit dem Koffer, ne? Das habe ich letztens, letzten Freitag, äh, vor dem Freitag, ich habe Montag das geöffnet. Und ich war so, hm, ja, wo fahren wir hin? Wo fahren wir hin? Auf dem Bahnhof! Wir fahren irgendwo hin! Wie cool ist das denn? Also ich habe da irgendwie so gar nicht mitgedacht, dass, äh, dass es ein Sneakweg sein könnte. Dass es ein Easter Egg ist. Dass es, äh, vielleicht, äh, vielleicht ein Hint ist. Und Leute, guckt euch das mal an. Also, erstens, bei diesem modellischen Mädel haben wir ein neues Outfit. Also es ist ein Outfit, was wir auf jeden Fall nicht kennen. Das ist auch ein Teil, ein Teil von dem, ähm, von dem Bahnhof, was wir kriegen. Und hier gibt es immer noch Werbung für dieses, äh, Getränk. Das ist ein Getränk. Also vielleicht gibt es im Bahnhof ein Café. Vielleicht gibt es, weiß ich nicht, eine Wartestation. Es gibt quasi einen Bahnhof. Und es gibt dann noch ein Zugteil vielleicht. Oder man fährt einen Zug irgendwo hin. Ich habe keine Ahnung, Leute. Ich glaube, wir sehen das alle, alle zusammen. Sonntag. Ich glaube, das kommt Sonntag raus. Bin mir nicht sicher, bin mir sicher. Aber auf jeden Fall Montag sollte auf jeden Fall ein Video dazu geben, Leute. Also, hoffen wir mal, dass es alles funktionieren wird. Ich weiß noch nicht, ob es was kosten wird. Oder ob es gratis ist. Ich gehe stark davon aus, dass es leider was kosten wird. Aber, ähm, es ist ja nicht das Schlimmste. Weil es ist Tokabuka, ist halt so. Ich glaube, das letzte Mal, als die eine gratis Location rausgebracht haben, das war ja dieses Café, was wir gehabt haben. Aber, äh, ich weiß, das, ich glaube, das ist schon lange her. Also, da habe ich noch Tokabuka nicht gespielt. Sagen wir mal so, das war noch so richtig, ich war... Letztes Jahr, kann ich mir vorstellen. Vielleicht bringen die jetzt auch dieses Jahr noch eine gratis Location, weil die das letztes Jahr auch gemacht haben. Bin mir nicht sicher, weiß ich nicht. Deswegen, Leute, wir gucken erst mal alles uns an. Und, äh, hoffen wir mal auf das Beste. Da ist das Beste tatsächlich, ähm, dass das alles funktioniert, ne? Leute, also, erstens, ich möchte auch einfach zeigen. Und zwar gehe ich in Watermelon... Ja, jetzt nochmal, Wasserpark. Ich gehe in den Wasserpark rein. Aber erstens, um was anderes zu zeigen. Also, eigentlich braucht man jetzt nicht unbedingt was rein, hier reingehen. Aber ich möchte es auf jeden Fall zeigen, Leute. Wir haben eine neue Emotion. Wir haben eine neue, neue, brandneue Emotion, Leute. Und ich freue mich da drauf. Weil, ich glaube, jetzt, jetzt, hoffe ich, ich glaube schon, sind das alle Emotionen, die ich euch mal gezeigt habe, äh, dass die tatsächlich kommen werden. Und ich glaube, dass das alles sind. Ich hoffe. Weil ich habe das letztens auch gesagt, so, oh ja, das sind alle Emotionen, die, ähm, die ich euch gezeigt habe. Da kommt das hier raus. Und ich habe so, oh, ja, ich habe da was vergessen. Ups. Also, Leute, das ist eine Emotion, wo, so Eye-Roll-Emotion. Also, wenn man einfach nur so, oh. Ich versuche die ganze Zeit nach oben zu gucken. Also, das ist dann auch diese Emotion. Äh, wahrscheinlich kennt ihr die. Äh, gibt es doch halt ein Emoji tatsächlich. Und die, boah, sieht die komisch aus. Sorry, aber die sieht richtig komisch aus. Wisst ihr, warum die komisch aussieht? Weil, Togabuke-Charaktere haben ja eigentlich nicht so, weiß ja, Augen. Also, hier schon. Aber irgendwie, ich, also, sieht auch hier schon komisch aus. Aber das ist ja auch in Ordnung, weil wir halt halt auch diese Emotion haben. Und wir kommen auch da, das ist halt, diese Augen sind in Ordnung. Aber was ist das? Sieht richtig komisch aus irgendwie. Und irgendwie auch süß, finde ich. Also, können wir auf jeden Fall sehr cool benutzen. Und in diesem Tokamix, was wir letztens, äh, das wir gerade gesehen haben, da kam ja ein Mädel zu einem, ähm, zu einem, äh, zu einem Stand, wo halt stand, dass ihr Zug wieder verspätet ist. Und dann hat die einfach nur so ein Eye-Roll gemacht. So ein, schon wieder. Das ist so, wenn man in Deutschland lebt. Ja, Togabuke ist einfach nur heimlich Deutschland anscheinend. Äh, weil, Züge. Leute, also, wer kennt das nicht? Züge verspätten sich sehr oft und anscheinend auch in Togabuke. Das ist, das ist sehr interessant. Das ist sehr gut zu wissen, Leute. Aber warum ich hier in diesem Wasserpack bin, wollte ich, ich wollte euch eigentlich was ganz anderes zeigen. Ich wollte euch was ganz anderes zeigen. Und das zeige ich euch jetzt. Weil, ähm, wir können ja nicht immer über, über die, über neue Location und neue Emotes reden, leider, Leute. Weil, nicht wirklich leider, weil wir haben hier einen coolen Bug. Und ich hoffe, dass es immer noch funktioniert. Auf jeden Fall hat es auf jeden Fall bei sehr vielen, sehr vielen Leuten funktioniert. Und zwar, es funktioniert genau mit diesen, äh, Yogamatten, wenn man die auf das, auf, auf den Kopf hinstellt. Mhm. Okay, warte mal. Warte mal, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Vielleicht funktioniert das nur mit den... Ich hab's weggeschmissen! Jetzt. Das, ich, ich muss das, ich, ich bin einfach blöd, Leute. Man kann ja Sachen auf den Kopf hinstellen. Nur, wenn man theoretisch einen Hut hat oder irgendein Accessoire oben drauf. Und ich hab's einfach nur vergessen und ich war, ich wusste nicht, dass es... Ja, also, was ich euch erzählen wollte, dass diese ganzen Sachen... Hey, warum hab ich mein Nassending nicht? Ähm, diese ganzen, äh, Yogamatten, die stellen sich sehr komisch... Oh, ich hab einen Knopf. Ach, stimmt. Das war das. Also, oh, hier hab ich noch eine kleine Yogamatte. Also, Leute, falls ihr noch nicht wusstet, hieß es, hier stellt sich ein Crumpet in einem Knopf. Ja, wenn man nicht wusstet. Aber, Leute, ähm... Man kann halt quasi alle anderen Sachen hinstellen. Und, Leute, die sehen so komisch aus, weil die fliegen quasi in der Luft. Aber, ja, das Ding ist, also, die fliegen sowieso in der Luft. Das ist verständlich, weil, guckt euch das mal an. Also, die fliegen sowieso in der Luft, aber... Nicht so krass wie tatsächlich die Yogamatten. Der, weil die Yogamatten, das fliegt ja echt krass in der Luft. Das könnt ihr auch wirklich für irgendwelche komischen, ähm... Vielleicht Storys... Nicht unbedingt komischen. Für irgendwelche Storys benutzen oder so. Weil, guckt euch das mal an. Was ist das? Also, wenn man jetzt einfach nur einen Charakter hätte und so, man würde einfach nur überhaupt nicht davon ausgehen, dass diese Yogamatte tatsächlich zu dem Charakter gehört. Weil es einfach nur so weit hoch, hoch oben ist, dass man denkt so, oh, das ist ja bestimmt irgendwas an der Wand. Ach, nee, das ist auf dem Charakter. Hä? Hä? Und mit den anderen, mit anderen Sachen funktioniert das natürlich auch. Also, die fliegen ja natürlich auch. Aber, tatsächlich nicht so krass. Also, die... Guckt euch das mal an. Also, das sieht noch relativ in Ordnung aus. Einbieten. Ja. Auf jeden Fall könnt ihr mal auf jeden Fall nachgucken und, ähm, guckt euch erstmal nach, ob das bei euch auch funktioniert. Auf jeden Fall finde ich es sehr, sehr, sehr witzig und interessant. Und ich würde mal sagen, wir gehen zu den nächsten Wifers. Wenn wir schon bei dem Thema Yogamatten sind, habe ich für euch auch noch ein paar andere, andere... Oh, Weihnachten. Da habe ich ja Weihnachten gebaut. Also, ja, habt, äh, könnt, äh, könnt, ich könnte meine anderen, ähm, anderen Videos angucken. Da habe ich ja auch anscheinend immer was gebaut. Aber, Leute, wenn wir bei dem Thema Yogamatten sind, habe ich noch ein Lifehack für euch mit den Yogamatten. Und zwar, ich zeige euch erstmal, ähm, was man, was man dafür machen muss. Und dann erzähle ich das. Und zwar habe ich hier meine kleinste Wand, also mein kleinsten Wandregal. Das habe ich jetzt hier aufgedingst. Ich habe hier, das ist quasi eine kleine Yogamatte, aber das ist eine, eine Stimmchen, eine Schlafmatte, eine Matte, einfach nur so eine Decke, so eine Stranddecke, eine Stranddecke, aber das ist, es funktioniert eigentlich genauso. Ich glaube schon. Und, Leute, wir haben hier unseren wunderschönen Baum, was wir jetzt quasi so, ich hinter dieser ganzen Sache hinstellen. Und hoffentlich funktioniert das alles. Ich nehme jetzt einen Charakter und ich versuche mich. Ich lege mich hin auf die Yogamatte. Ähm, aber das Ding ist, es ist ja ein bisschen gebackt, wenn es halt die ganze Zeit irgendwie so einfach so rumsteht und nicht aufgefloppt ist. Also wenn es halt einfach so, ähm, doch steht, wo, wo es doch zu ist und vor allem, wenn es noch auf einem Wandregal steht, dann ist es ein bisschen rumgebacken. Und, ähm, ich lege dann quasi nicht wirklich auf dem, auf der Yogamatte. Und warum, 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 warum lege ich überhaupt wohl? Aber ich lege, ich lege vertikal, also ich lege sen, senkrecht. Leute, kennt ihr das einfach nur, wenn ihr jetzt nicht wusstet, also was genau nochmal senkrecht und was waagerecht heißt? Ich bin immer so, vertikal, horizontal, senkrecht, waagerecht. Und ich bin so, warte mal, ich sage jetzt senkrecht und ich bin so, warte mal, ist es das richtige? Warte mal, was ist das andere? Waagerecht. Waagerecht ist so, okay, dann ist es richtig. Okay, ist auch egal. Ähm, Leute. Ich wollte einfach nur euch mal ganz so sagen, also halt das, man legt sich quasi hin, aber man legt sich senkrecht hin und man legt sich einfach nur einen Meter nach rechts von dem, von der Yogamatte. Also, das macht Sinn. Und, wenn man quasi da hinten noch einen Baum hinstellt, weil wir haben ja einen neuen Baum gekriegt bei den Halloween-Sachen und es sieht gerade relativ so aus, als ob ich mich einfach nur, also bis es einfach nur mein Haus auf dem Baum ist. Das ist mein Baumhaus. Das ist mein Baumhaus. Oder ich verstecke mich einfach nur auf dem Baum. Oder es ist einfach nur irgendwas Spookiges, Creepiges, weiß ich auch immer. Auf jeden Fall könnt ihr vorbei schauen und wenn ihr vor allem diese Halloween-Sachen habt und diese Strandhaus-Sachen habt und alles mögliche, dann könnt ihr das auf jeden Fall nachmachen. Ich finde das sehr cool, auf jeden Fall, als ein Lifehack. Auf jeden Fall vorbeischauen. Auf jeden Fall gucken, was ihr damit machen könnt, Leute. Also, ich finde, manche Lifehacks sind, manche Lifehacks sind einfach nur manchmal richtig, richtig komisch. Vor allem diese Yogamatte, weil das Ding ist, diese Yogamatte, ich gehe jetzt einfach nur noch in ein anderes Haus. Man kann diese Yogamatte wirklich überall inpacken. Und eigentlich hätte ich das auch in diesem Haus machen können, aber es ist voll geil. Wenn man sich einfach nur irgendwo hinlegen möchte, wo man nicht weiß, ob man... Ja, man möchte... Stellt euch das mal vor. Ihr braucht das irgendwie so... Ihr braucht das hier hier irgendwie so... Oh Gott, ja stimmt, das war ja dieses Haus. Ist ein bisschen creepy. Aber nur ein bisschen. Wenn ihr irgendwie so, weiß ich nicht, euer Charakter zum Hinlegen bringen möchtet. Und meistens funktioniert das tatsächlich mit diesen Yogamatten, die auch entweder auf dem Boden sind, die könnt ihr auf dem Boden hinpacken, oder man kann es auch so auf diese Sache hinlegen. Also, ich weiß jetzt nicht, wie das heißt. Das ist ja quasi so da, wo die Treppe ist und so quasi einfach nur die kleine Terrasse. Und Leute, theoretisch. Ich weiß jetzt nicht, ob es genau... Funktioniert das nicht? Warte mal, warte mal, warte mal. Das habe ich gesagt. Ich dachte, das funktioniert doch. Das hat nur funktioniert. Oder vielleicht funktioniert das nur mit der... Warte mal. Oder vielleicht ist mein Charakter einfach nur nicht dazu fähig. Oder ich muss... Ach, schade, 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 schade. Also, Leute, ich glaube vielleicht, weil das Ding ist, bei vielen hat das funktioniert und ich dachte, das funktioniert bei mir auch. Aber theoretisch... Jetzt gerade kriege ich das irgendwie nicht hin. Vielleicht muss ich einfach nur noch mehrmals versuchen. Auf jeden Fall, Leute, schreibt es gerne in die Kommentare, falls ihr das hingekriegt habt. Weil das möchte ich sehr, sehr, sehr gerne wissen. Das möchte ich wirklich sehr gerne wissen. Damit ich dann weiß, ob das überhaupt funktioniert oder nicht. Ob das ein guter Leipack war. Oder nicht unbedingt. Also, auf jeden Fall vorbeischauen bei den Kommentaren. Und, also, erstmal bei Toko Burka erstmal nachtesten. Und dann gucken wir in die Kommentare, ob das wirklich funktioniert hat. Weil, also, ehrlich gesagt, Leute, ich möchte es wissen. Ich möchte es sehr gerne wissen. Ich habe noch einen tatsächlichen Leipack. Aber, ehrlich gesagt, ich weiß jetzt nicht unbedingt, was ich damit anfangen soll. Aber ich fand es einfach nur cool und ich wollte es einfach nur euch mal zeigen. Und zwar, Leute. Erstens, da ich schon wieder mit diesem Haus bin, möchte ich gerade erstmal das ganze Ding nochmal austesten. Warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Ja, also, genau die gleiche Sache, die ich gerade gemacht habe mit der Yogamatte. Vielleicht kriege ich das hier hin. Weil das wäre richtig cool. Das wäre richtig, richtig, richtig cool. Weil dann kann ich einfach nur hier... Ja! Wup! Let's go! Hier kann ich schlafen. Und das finde ich richtig, richtig toll. Oh, okay. Jetzt kann ich die Yogamatte auch nicht mehr benutzen. So, aber warte mal. Wenn ich es hier habe... Jawohl, Leute. Also, das kann man sehr gut für irgendwelche Storys benutzen. I mean, das sieht ja eigentlich auch ganz gut aus. Also, wenn man einfach nur, weiß ich nicht, draußen schlafen möchte, dann nimmt man einfach nur die Yogamatte. Leute, aber wir haben ja mit dem Halloween-Update... Das ist jetzt mittlerweile kein Halloween, ich weiß das. Aber wir haben mit diesem Halloween-Update, haben wir diese wunderschönen Sachen gekriegt. Also, es sind quasi so radioaktive Gefäße mit irgendwelchen komischen Gelee-Sachen. Also, mit Schleim. Sagen wir mal so, mit pinkem Schleim ist das. Und, ähm... Man kann es stapeln. Man kann es immer halt darauf stapeln. So, aneinander. Die Frage ist, wofür und warum? Aber ich habe diese Frage nicht. Deswegen mache ich das, Leute. Okay, das war jetzt nicht wirklich, ähm... Ja. Also, man nimmt dieses Schleim-Ding. Man packt, äh... Man packt es ein und dieses Geschenk mit dem Schleim packt man in das andere Schleim rein. Und wenn man das öffnet, dann baut... Dann haben wir so einen kleinen Turm. Und je mehr wir das machen, desto größer wird das. Wofür? Keine Ahnung. Ist aber cool. Also, deswegen... Wenn ihr einfach nur einen Schleim-Turm haben möchtet... Hier ist ein Schleim-Turm. Turm. Nicht Turm. Turm. Viel Spaß damit. Ich weiß jetzt nicht, was ihr damit angefangen könnt. Aber ich finde es cool. Deswegen könnt ihr auch mal nachmachen, Leute. Und ich würde mal sagen... Wir warten bis zur nächsten Woche. Wir warten auf die nächste Woche. Ähm... Mit dem neuen Update. Und gucken auf jeden Fall, was der wunderschöne Bahnhof von sich hat. Und, ähm... Was es überhaupt alles ist. Weil, das möchte ich auf jeden Fall unbedingt sehr gerne wissen. Wie es überhaupt aussieht. Ob man da irgendwie, weiß ich nicht, mit dem Zug wirklich irgendwo hin weiterfahren kann. Ob die ganzen Tüge, weiß ich nicht, ob wir eine neue Location kriegen... Also, nicht nur eine Location, sondern vielleicht sogar eine neue Welt, wo wir hinfahren können. Keine Ahnung. Weiß ich nicht alles, Leute. Äh... Schreibt es auf jeden Fall... Schreibt es auf jeden Fall gerne unten in die Kommentare, ob ihr da irgendwelche Vorstellungen habt. Äh... Was die neue Location genau aus... Also, wie die genau aussehen wird. Also, ob da... Ob man da irgendwas machen kann. Äh... Irgendwas Spezielles. Oder ob das einfach eine ganz normale Location ist, wo halt steht, so... Ja, du kannst da hinfahren, du kannst da hinfahren, aber man kann eigentlich nicht. Das kann auch alles mögliche sein. Weil zum Beispiel mit dem, ähm... Mit dem Flughafen, da kann man auch nicht irgendwo hinfahren. Weiß ich nicht. Weiß ich nicht, Leute. Auf jeden Fall. Schreibt es gerne unten in die Kommentare. Und... Sonst, Leute, wenn euch das Video gefallen hat, dann... Lasst gerne einen Daumen nach oben da. Abonnieren. Blog-Tippe nicht vergessen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss. Ja, also wir wissen, dass es ein Problem gibt, aber uns ist komplett egal, die Brau... Wie ist es? Es ist... Es ist... Whatever. Whatever. Ich habe hier ein wunderschönes Wasser-Ding. Wasser-Hahn. Waschbecken. What? Wasser-Ding. Das ist ein Wasser-Ding, Leute. Das ist ein Waschbecken. Hey, Leute. Was geht? Katja, hier bei Schwimperjabz. Und, Leute, ich bin heute wieder in Tokaboka. Und, ähm... Also, für mich war das ein bisschen längere Zeit, dass ich wieder in irgendeinem Englischen in Tokaboka war, weil ich war im Urlaub. Aber ich habe das nicht gemerkt, weil... Es kam ein bisschen ein Video vor. Egal, egal, egal. Ist egal. Leute, es gibt ein gratis Geschenk. Und... Oh mein Gott, ich freue mich drauf. Ich freue mich drauf, weil ich habe... Ich habe gar keine Ahnung. Also, ich weiß, es ist jetzt Montag. Ich weiß, es ist jetzt ein bisschen zu spät. Aber ich habe gar keine Ahnung, was wir da drin haben. Weil ich, ähm... Ich habe da nicht reingeguckt. Ich habe da nicht reingeguckt. Ich war im Urlaub. Ich hatte gar keine Ahnung. Also, Leute. Ich habe für euch natürlich heute ein bisschen verschiedene Lifehacks vorbereitet. Und zwar sehr viele. Und, ähm... Ja. Hier ist meine Katja. Und ich möchte auf jeden Fall... Okay, wir haben ein Geschenk. Und es ist ein normales Geschenk. Es ist kein Halloween-Geschenk mehr. Oh mein Gott, ich freue mich drauf. Was ist denn da? Ist kein Halloween-Geschenk mehr? Ist kein Halloween da? Oh. Oh. Es ist ein Koffer. Wo fahren wir hin? Wo fahren wir hin, Leute? Also, wir haben einen richtig wunderschönen Koffer bekommen. Also, der Koffer ist einfach nur richtig schön lila. Und meine neuen Haare. Und die sind mittlerweile nicht ganz schön lila. Die sind schon ausgewaschen. Ist egal. Aber, Koffer sieht richtig schön aus. Mag ich total. Ist auch richtig toll. Es sieht ein bisschen so aus, als ob das irgendwie so toll ein bisschen so glänzelt ist. So, vielleicht mit ein paar Sparkles. Weiß ich nicht. Bin mir nicht sicher. Egal. Sieht aber richtig toll aus. Ich freue mich auf jeden Fall drauf. Wir können vielleicht... Also, man kann den für sehr viele Sachen benutzen. Soll ich diesen wunderschönen Koffer. Geht auch auf. Man kann da verschiedene Sachen reinpacken. Deswegen, ich finde es eigentlich sehr, sehr cool. Und Leute, Leute. Eigentlich sollte ich überhaupt nicht rausgehen. Weil ich habe für euch ein sehr wunderschönes Hack. Live-Hack. Und zwar. Ihr wisst doch eigentlich schon, dass wir bei dem wunderschönen... Ähm... Ja, einen Charakter. Bei uns in Tokaboka. Der immer ein bisschen gebackt ist. Ich muss den erstmal finden. Und zwar ist es der Friseur tatsächlich. In dem gratis Tokaboka-Ding. Ich hoffe, Tokaboka hört nicht. Und ich den nicht so lange suchen muss. Und Tokaboka, den mir jetzt den zeigt. Damit ich den genau nehmen kann. Bitte, Tokaboka. Bitte. Bitte. Da ist er. Also, dieser wunderschöne jünger Mann hat sehr viele komische Sachen in sich. Und zwar... Ihr seht seine Augen nicht. Das ist das Erste. Das Zweite, Leute. Jedes Mal, wenn wir dir irgendwas anziehen. Irgendwas. Also, wirklich fast egal was. Aber... Okay, nicht fast. Egal. Aber sehr viele Sachen. Das sieht einfach komplett komisch aus. Ich versuche jetzt gerade noch etwas zu finden. Was ich mir mal finden kann. Aber irgendwie ist mein ganzes Ding kaputt. Gefüllt. Gefüllt ist das Ganze kaputt, Leute. Ich kriege hier gar nichts. Also, es sind... Diese Sachen halt... Die sind in Ordnung. Ich bräuchte aber... So, das hier zum Beispiel. Guckt euch das mal an. Was ist das? Was ist das? Was passiert mit diesem Charakter? Und das Beste ist, Tokaboka... Es ist gefüllt egal. Weil die das nicht mehr irgendwie sind so... Ja, also wir wissen, dass es ein Problem gibt. Aber uns ist es komplett egal. Die Brau... Wie ist es? Es ist... Es ist... Whatever. Whatever. Ist okay, Tokaboka. Kann ich nachvollziehen. Kann ich nachvollziehen. Manchmal hat man keinen Bock drauf, irgendwas zu fixen. Ja, Leute. Aber wir haben ja... Letztens... Bisschen länger schon her, weil es... Das ist ja nicht das Letzte... Oh mein Gott, wie süß das aussieht! Erstens... Ich wusste nicht, dass... Wenn man diesen wunderschönen... Wunderschönen Anzug... Äh... Topf... Spaghetti-Anzug... Einfach... Einfach auf dem Boden liegt. Äh... Er legt man... Man legt es einfach nur drauf. Dass es einfach nur so aussieht, als ob es einfach nur so ein weichen Topf ist. Was eigentlich das ist. Das ist ja quasi ein Anzug. Das sollte eigentlich auch Stopp sein. Das sieht einfach nur so... Ein bisschen so... Äh... Squisht aus. Squisht. So. Leute. Und... Ähm... Das Ding ist mit diesem wunderschönen... Äh... Mit diesem wunderschönen... Wunderschönen Halloween-Topf, was wir bekommen haben... Vor... Zwei Wochen? Eine Woche? Eine Woche. Bin mir sicher. Äh... Wenn wir den jetzt anziehen... Guckt euch das mal an. Ähm... Excuse me? What is this? Was ist das? Also, Leute. Wir kriegen einfach nur noch einen anderen Topf. Also... Unser wunderschön Friseur ist in einem Topf. Ist in einem Topf drin. Also, ist in einem Topf... Topf... Eingezogen. Eingezogen. Hat einen Topf an. Und wir kriegen noch einen Extratopf, Leute. Und... Äh... Das Beste ist so... Wenn wir irgendwie das für irgendwelche Storys oder so benutzen... Dann nehmen wir einfach nur irgendeinen Charakter hier. So einen kleineren Charakter. Und jetzt einfach nur... Weiß ich nicht. Hier was essen möchte. Was ist das? Ist das ein Topf von Tomatensauce? Tomatensauce-Topf. Oder... I don't know. Eine Suppe? So eine rote Suppe? Kann auch sein. Aber... Tomatensuppe. Das ist eine Tomatensuppe, Leute. Das ist eine Tomatensuppe. Und, ähm... Wir haben es einfach nur extra als noch als Extratopf. Was ein bisschen komisch aussieht. But it's okay. It's okay. It can't be like that. Das ist nicht das Problem. Ja, Leute. Auf jeden Fall probiert mal wirklich alles gefüllt mit diesem Charakter. Weil der ist ein bisschen gebackt. Und da passieren sehr viele tolle Sachen. Vielleicht nicht unbedingt tolle. Weil manchmal sind die richtig komisch. Aber es passieren Sachen. Und das ist ja das Beste daran. Wisse Sachen passieren. Sachen müssen passieren. Weil dann passieren die. Wow. What is right. Okay, Leute. Wir gehen einfach nur zu dem nächsten Lifehack. Und zwar... Es hat irgendwas mit den wunderschönen Flowers zu tun. Mit den wunderschönen Blumen zu tun. Und zwar... Wie man Blumen als Deko benutzen. Also man kann ja Blumen in verschiedenen wunderschönen Sachen benutzen. Das macht mir alles Sinn. Aber wir haben hier... Okay. Oh, was habe ich hier gemacht? Okay. Wir ignorieren das mal. Ich habe hier gar nichts gemacht. Irgendwas Halloween-mäßiges. Halloween ist aber vorbei, Leute. Deswegen gibt es kein Halloween mehr. Sad. Aber. Aber. Ist auch egal. Leute, wir brauchen wunderschöne Häkchen. Oh mein Gott. Ich bin gerade irgendwie so richtig energized, Leute. Ich war hier schon seit fast eine Woche oder so nicht mehr da. Deswegen... Ihr habt es nicht gemerkt. Aber ich bin jetzt gerade richtig... I love it. I love it. Ich liebe es wieder in Tokabuka hier zu sein. Leute, wir haben wunderschöne Häkchen hier. Und von dem lokalen Laden haben wir ja sehr viele tolle Sachen hinbekommen. Wir haben die nicht hinbekommen. Wir haben die gekriegt. Und zwar zum Beispiel diese Einkaufskörbe. Die extrem süß sind. Die sind extrem süß. Leute, wir können die natürlich, 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 können wir die einfach noch diese Häkchen dran hängen. Und wir haben von dem ganzen Strandhaus haben wir natürlich Blumen. Blumen. Natürlich haben wir Blumen. Und zwar auch viele großen Blumen, viele kleinere Blumen, verschiedene, verschiedene, alle verschiedene Blumen. Und ehrlich gesagt, es kann auch richtig schön aussehen. Also ich bin tatsächlich richtig... Also ich finde es mega toll. Vielleicht für... Weiß ich nicht. Also es kann verschieden sein. Wirklich, man kann auf diese Häkchen gefüllt einfach nur alle diese Aufbewahrungen drauf und dran hängen. Vielleicht keine Mülltonne. Vielleicht keine Mülltonne. Aber die meisten kleineren kann man draufhängen. Und man kann dann Blumen da reinpacken. Das finde ich wunderschön. Aber Leute, ich habe noch ein Lifehack mit diesen wunderschönen Blumen. Und zwar, wie man, sagen wir mal so, alles ein bisschen realistischer macht. Und zwar, Blumen stellt man eigentlich ja ins Wasser rein, ne? Ich habe hier ein wunderschönes Wasserding. Wasserhahn. Waschbecken. What? Wasserding. Das ist ein Wasserding, Leute. Das ist ein Waschbecken. Waschbecken ist ein Wasserding. Und zwar, wir haben hier ein Waschbecken und wir haben vielleicht ein Wasser. Glas. Wasserglas. Wir haben Wasser in dem Glas und dann stecken wir einfach nur eine wunderschöne Pflanze da rein. Also, wunderschön, wunderschön, äh, nicht eine Pflanze, sondern, wie heißt es nochmal? Blume. Hat Blume. Aber ich versuche gerade, vielleicht haben wir noch was Schöneres. Zum Beispiel, diesen Glas. Ich finde, dieses Glas sieht auf jeden Fall viel, viel besser aus als das hier. Guckt euch das mal an. Das sieht wirklich wie eine Vase aus. Das finde ich richtig toll. Aber Leute, aber Leute, das Beste daran, was ich richtig toll finde. Und zwar, man muss halt nicht unbedingt, unbedingt nur Wasser da reinpacken. Man kann auch irgendwas sehr Tolles reinpacken. Zum Beispiel, guckt euch das mal an. Das sieht, oh, Wasserhahn. Warum hast du es jetzt einfach weggetan? Oh Gott. Jetzt habe ich Wasser da drin. Und jetzt sieht es, excuse me, geh weg. Ich brauche, ich brauche eine Figur, die das sehr gerne ausdrängt. Bitte trinkt es aus. Ich möchte, dass das was Schönes zeigen. Und zwar so. Und dann stellen wir es hier drauf. Dann passt es ja alles. Ich habe es gerade aus Versehen durch den Wasserhahn so durchgezogen und da war einfach Wasser drin. Auf einmal. Ja, Leute, das ist noch ein Bug, was auf jeden Fall mich manchmal, manchmal ist es einfach nur ein bisschen, ein bisschen, ein bisschen nicht so toll. Manchmal ein bisschen, ein bisschen nicht so toll. Aber das, was ich auf jeden Fall nochmal gesehen habe. Es gibt auf jeden Fall anscheinend, anscheinend, ein Bug mit verschiedenen, nicht nur mit verschiedenen, mit einer wunderschönen Sache. Und zwar mit den Kesseln. Äh, Hexenkessel. Und zwar zwei Hexenkessel. Wir haben zwei Hexenkessel. Wir machen einen davon wieder leer. Brauchen wir. Brauchen wir. Wir haben, wir brauchen auf jeden Fall ein Glas. Ich glaube, das ist entweder komplett egal, was für ein Glas oder ich benutze genau das gleiche, was ich hier benutzt habe. Also, und anscheinend dieses wunderschöne Ding. Ich war, ich habe keine Ahnung, wie genau das funktioniert, aber ich stelle dieses Glas mit dieser, weiß ich nicht, was er ist. Ich möchte auch nicht wissen. Irgendeine schwarze Flüssigkeit. Wir stellen es hier rein und es passiert. Die Flüssigkeit ist weg. Die Flüssigkeit ist weg. What? What? Habt ihr das gemerkt gerade? Es hat irgendwie so einen Bumm gemacht oder so. Oder ich weiß es nicht. Es ist jetzt irgendwie, es ist komplett weg. Es ist weg. Es ist einfach nur weg, verdampft, verdampft. Es hat, es ist jetzt einfach nur einen Step gekommen. Anscheinend, also es könnte theoretisch Sinn machen, Leute, weil ich glaube, dieser Hexenkessel macht die ganzen Sachen einfach nur mal zu dampfen und so. Und ich kann es eigentlich füllen und, oh, ich kann es auch mit komplett anderer Flüssigkeit füllen. Das sieht hier richtig, richtig spooky aus. Oh mein Gott, ich kann hier die Flüssigkeit dunkler machen. Oh mein Gott, dann ist die dunkler und dunkler. Ah, oh mein Gott, wie cool das einfach aussieht. Wie cool das einfach aussehen kann. Oh, mega nice. Also auf jeden Fall. Ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt irgendwie Sinn macht, jetzt wieder mit verschiedenen Halloween-Sachen irgendwie so rumzuexperimentieren. Oder vielleicht möchtet ihr auch keine Halloween-Sachen mehr ausprobieren, sondern möchtet jetzt Weihnachten haben. Aber wenn ihr Bock drauf habt, dann könnt ihr mit diesen Hexenkesseln ein bisschen rumprobieren, ausprobieren, was ihr da mitmachen könnt. Und Leute, ich habe letztens ja euch noch gezeigt, wie man sehr komisch an dieser Location, also wir haben da, wir haben da ja einen Hexenbesen. Ja, also wir haben da viele Hexen, also wir haben einen Hexenanzug, wir haben Hexenkleid, wir haben Hexenhut und wir haben einen Hexenbesen, genau hier hinter. Und zwar mit diesem wunderschönen Besen, da gibt es auf jeden Fall ein paar Probleme. Und zwar, wenn wir das anmachen, wir setzen es drauf, ne? Das ist ja ganz toll, aber wir können halt, die verschiedenen Sachen, die wir halt haben in den Händen, die sind dann einfach nur komischerweise anders positioniert. Ein bisschen anders sind die schon, ne? Und das Ding ist, ich habe es nie getestet, aber ich teste es jetzt, anscheinend geht es auch mit den Kindern. Ja, es geht auch mit Kindern. Es geht auch mit Kindern, Leute. Also ich dachte wirklich, dass es halt nur die Sachen sind, dass es so verschiedene Gläser, weiß ich nicht, äh, Teller, whatever. Oh mein Gott, das ist doch richtig komisch. Oder vielleicht Blumen, aber auch, auch nicht nur Babys, sondern, oh, jetzt habe ich es, oh nein, jetzt habe ich, jetzt habe ich dich ja ein bisschen, jetzt habe ich das falsch gemacht. Okay, jetzt, jetzt funktioniert alles wieder, aber ich habe gerade gemerkt, es geht auch mit Kindern, nicht mit Babys, sondern mit Kindern. Auch mit Kindern, Leute. Also alles, was man quasi in die Hände reintut. Sehr toll, muss man wissen. Muss man wissen, hat man, wisst ihr jetzt auch. Das ist ja toll. Und ich würde mal sagen, wir gehen jetzt einfach nur zu dem nächsten Effekt. Also Leute, ich bin wieder zu Hause. Ja, I know, I know. Aber Leute, ich habe da was. Mit den neuen zwei Packs, die wir ja letztens gekriegt haben, kann man was sehr tolles basteln zusammen. Zusammenbasteln, man kann was sehr tolles zusammenbasteln. Und zwar, Leute, wir haben hier sehr viele Schaufensterpuppen. Nicht sehr viele, aber wir haben Schaufensterpuppen. Und jetzt bräuchte ich tatsächlich irgendwas, wo ich meine Schaufensterpuppe tatsächlich einziehen kann. Also ich brauche, ich brauche Kleidung. Ich brauche ganz kurz Kleidung. Das ist eigentlich egal welche. Deswegen, so eine Kleidung ist doch schon passend. Vielleicht noch ein Hut oder so, damit es wirklich interessanter aussieht. Vielleicht noch Gläser. Ja, Gläser? Das ist eine Brille. Ja, keine Ahnung, vielleicht nicht. Das ist eine Brille. Ah, Leute, wir haben jetzt ein Schaufensterpuppe hier bei uns. Und zwar, Leute, wir haben ja auch mit dem neuen wunderschönen Halloween-Pack haben wir diese komische Skelette gekriegt. Die sind ja schon, schon gruselig. Aber Leute, wenn man die quasi jetzt hier so... Oh mein Gott, wie cool das aussieht! Ich habe es einfach nur von dem ersten Mal hingekriegt. Leute, wir haben jetzt eine Schaufensterpuppe, die halt theoretisch keine Füße und Beine hat. Füße, Beine und Hände und Arme. Das hat nichts. Aber wir stellen einfach nur diesen wunderschönen Skelett quasi hinter. Und jetzt haben wir einfach eine Schaufensterpuppe mit grünen Händen und Beinen. Und das sieht, ich weiß, ein bisschen creepy vielleicht aus. Weil das Ding ist, dieses Skelett, es leuchtet auch im Dunkeln. Ist ein bisschen komisch. Aber das könnt ihr vielleicht für so ein gruseliges Ding benutzen. Ein gruseliges, weiß ich nicht, gruseliges Shop vielleicht. Oder es muss nicht mal gruselig sein. Es ist einfach nur sehr interessant, Leute. Das ist mega cool. Also ich freue mich auf jeden Fall drauf, weil es sehr cool aussieht. Und ich könnte es auch mit einem pinken machen. Das kann auch richtig süß aussehen. Oder es kann auch wirklich süß aussehen, Leute. Also wenn wir hier noch irgendwie so ein pinkes Kleid an hätten oder so. Und vielleicht so wenige Perücke. Ich glaube, es gibt keine Perücken mit Duckebuckern. Oder doch? Gibt es Perücken mit Duckebuckern? Ich meine ja, aber ein paar. Oder? Oder nicht? Bin mir nicht sicher, Leute. Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Ich könnte es auch nachgucken. Aber schreibt es gerne in die Kommentare, falls ihr das jetzt wisst. Leute, egal. Ich habe für euch auch nur ein sehr wunderschöner Einrichtungsheck. Ich habe ein Einrichtungsheck. Also es hängt tatsächlich damit zusammen mit dem ganzen wunderschönen Balkon quasi. Also falls ihr so ein wunderschönes Ding habt, wie dieses Haus. Neonhaus mit einem Balkon. Oder Strathaus. Dann könnt ihr sehr toll vielleicht eine tolle, sagen wir mal so, Schlafzimmer machen. Tolles Schlafzimmer. Und zwar natürlich mit wunderschönen Vorhängen. Wir haben ja tolle Vorhänge, die überhaupt nicht durchsichtig sind. Das sind ja die besten Vorhänge. Ich glaube, das sind die. Habe ich recht? Ja, ich habe recht. Das sind diese wunderschöne Vorhänge. Und zwar parken wir natürlich diese Vorhänge komplett, komplett durch unser ganzes Balkon. Unseren ganzen Balkon. So, haben wir fertig. Haben wir fertig. Wir stellen diese Sache hier rein, weil es einfach schön aussieht. Es ist komplett egal, wie genau ihr das positioniert. Es sieht einfach schön aus. Ich finde, das sieht wundervoll aus. Deswegen, I love it. Also, ich kann hier auch ein paar andere Sachen hinstellen. Ein paar schöne Töpfe mit irgendwelchen anderen Sachen oder so. Ich finde, es eigentlich sieht alles ganz toll aus. Und zwar natürlich, ich muss noch ein bisschen gucken, damit es halt mit dem Boden passt. Damit es noch alles schön aussieht. Doch. Wenn ich so mache und vielleicht noch, weiß ich nicht. Was? Doch. Doch, das könnte sehr nice aussehen. Ja, Leute. Es sieht, es soll ein Schlafzimmer sein. Wartet mal. Wartet mal ab. Ähm, natürlich packen wir hier noch Vorhänge. Ne? Weil, warum auch nicht? Damit es noch schöner aussieht. Oder? Was meint ihr? Ich finde, Vorhänge müssen immer da sein. Und vor allem diese schönen Vorhänge. Ich liebe diese Vorhänge. Die sind halt, die ich so komplett weiß. Die sind so cremefarbig. Die liebe ich total. Und jetzt brauchen wir natürlich ein Bett. Das, was wir quasi hier hinstellen. Natürlich können wir noch, weiß ich nicht. Falls ihr Bock drauf habt, noch hier noch irgendwie so einen Teppich hinstellen. Und natürlich, wie gesagt, weil ihr Bock habt, vielleicht noch so zwei wundervolle Nachttischchen. Äh, Nachttischchen. Ja, Nachttischchen hinstellen. Und, ähm, zur Deko verschiedene tolle Sachen. Aber wenn ich am besten keine Halloween-Sachen am besten, weil die ein bisschen creepy aussehen. Aber man kann hier hinter, was auch richtig toll ist, auf diese wunderschöne Wand, viele verschiedene Sachen hinstellen. Natürlich, die ein bisschen vielleicht schöner aussehen als das, was ich jetzt da hier gerade hinstelle. Aber falls ihr verschiedene andere tolle Sachen habt, dann stellt einfach alles rein, was ihr denkt. Sieht toll aus. Das sieht jetzt gerade nicht unbedingt toll aus. Und oh mein Gott, was passiert da? Ja, ich habe schon vergessen, dass es gebackt ist. Ich habe total vergessen, dass es so ist. Hallo, ich möchte auch einfach nur das einfach nur da draufstellen. Anscheinend kann ich das nicht. Egal. Danke. Wenigstens etwas kann ich draufstellen. Diese kleinen Tische. Ja, Leute. Es kann schöner aussehen. Ich weiß. Aber das ist nun so eine kleine kurze Idee, was ihr hier machen könnt. Vielleicht noch ein paar Lichterketten oder so. Ihr könnt alles mögliche da rein tun, damit es ein bisschen schöner aussieht. Und Leute, ich habe gerade, als ich das gerade gebaut habe, habe ich gerade ein Crumpet-Haus gesehen. Und ich habe einfach nur eine ganz kleine Idee. Wir haben so viele Crumpet-Häuser mittlerweile. Also nicht, okay, nicht viele. Wir haben nicht viele, wir haben verschiedene. Wir haben das ja quasi ein Crumpet-Haus. Wir haben noch ein Crumpet-Haus. Viele verschiedene Crumpets-Haus auf einer Location. Auf diesen Müll-Location. Das sind ja richtig viele Crumpets-Haus. Haus-Häuser. Das sind sehr viele Crumpet-Häuser, die in verschiedenen Bildschirmen drin sind. Weiß ich nicht. So ein Wagen, Wohnwagen drin, was auch immer. Sie sehen richtig toll aus. Aber was wäre, wenn wir diese wunderschöne Crumpet-Häuser wirklich selber gestalten könnten? Das wäre doch extrem toll. Also meine persönliche Meinung. Ich finde die Crumpet-Häuser extrem süß. Und das wäre richtig toll. Einfach nur. Also erstens, Crumpets natürlich selber zu herstellen, zu machen. Und zweitens, die Häuser für die Crumpets zu machen. Und zwar können wir ein Haus mit den Crumpet-Häusern vollstellen. Das finde ich eine sehr tolle Idee. Und vor allem, wenn wir die selber gestalten, das wäre noch richtig toll. Also wirklich halt dann irgendwie so Sofas hinstellen. Wirklich ganz kleine Wohnflächen oder so. Wie genau in diesem Puppenhaus, Crumpet-Haus. Also das wäre wirklich meine Idee, wo ich mir sagen könnte, Ja, ich hätte Bock drauf. Wenn ihr auch Bock drauf habt, dann schreibt es gerne unten in die Kommentare, Leute. Und sonst, Leute, wenn euch natürlich das Video gefallen hat, dann lasst uns gerne einen Daumen nach oben da. Abonnieren, Blockaktive nicht vergessen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss. Hä? Okay, ähm... Es sind nicht alle Sachen angekommen. Oha, Leute, das ist richtig cool. Und jetzt sollen wir komplett aus dem Spiel rausgehen. Wo ist meine Katze nicht wieder? Wo ist meine Katze? Hey, Leute, was geht's? Katja, hier bei Spill Maps und Games. Und, Leute, ich habe heute für euch ein paar wunderschöne Lifehacks. Geheimnisse, Secrets, Lifehacks, habe ich schon gesagt. In Tokaboka vorbereitet. Äh, wie immer. Es ist quasi jetzt anscheinend, ich glaube, ein Geheimnis. Ich bin mir nicht sicher. Hm. Also, ich wusste das nicht. Und das ist für mich jetzt wirklich einfach nur was ganz, 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 ganz Neues. Und ich hoffe, dass es wirklich funktioniert. Angeblich, Leute. Also, wenn man hier die Sachen in Tokaboka wegschmeißt. Also, wirklich wegschmeißt. So, weg, weg. Die sind dann weg. Sind die ja dann eigentlich weg. Also, die kannst du ja eigentlich nie wieder irgendwo holen, ne? Also, so macht es für mich nicht Sinn und so war das eigentlich auch immer. Aber, die sollten, alle Sachen, die man irgendwie wegschmeißt in Tokaboka, sollten irgendwo landen. Ich wusste es einfach nicht. Leute, also, okay. Es gibt ja einen Mülleimer. Ich versuche es wirklich irgendwie, okay, das kann ich nicht wegschmeißen. Das kann ich alles wegschmeißen. Hä? Warum kann ich das nicht wegschmeißen? Jetzt. Okay, jetzt kann ich die Sachen, okay. Okay, diese Sachen kann ich tatsächlich nicht wegschmeißen. Das finde ich richtig komisch. Aber dafür kann ich eine Katze wegschmeißen. Also, ich schmeiße jetzt hier ein paar Sachen weg. Vielleicht eine Katze. Vielleicht ein paar andere Sachen. Vielleicht einen Fisch. So, das und das. Okay, es sind sehr viele Sachen. Es sind genug Sachen, die ich jetzt gerade weggeschmissen habe. Eigentlich bräuchten wir vielleicht ein, zwei oder so. Aber, das waren jetzt, das war jetzt ein Haufen. Leute, es ist so krass, dass, angeblich, angeblich. Ich bin mir noch nicht sicher. Also, wirklich, ich habe es noch nicht getastet. Ich habe gar keine Ahnung. Also, angeblich sind die Sachen, die wir gerade weggeschmissen haben, haben, sollten die auf dem Müllhof sein. Hm. Excuse me, what? Since when? Ich wusste es wirklich gar nicht. Ähm, also, sollten ganz rechts sein. Ganz, ganz, ganz rechts. Und ich versuche jetzt ganz, ganz langsam zu gucken, ob es wirklich dort... Hä? Okay, ähm... Es sind nicht alle Sachen angekommen. Sagen wir mal so. Es ist nur dieses komische Buch, was auf dem Kopf von dieser wunderschönen Lady war. Es ist nur das angekommen. What? Also, erstens, es ist schon cool, dass man jetzt... Sachen, die man wegschmeißt, nicht jetzt alle komplett... Dass die jetzt nicht alle komplett weg sind. Ähm... Ich gehe davon aus, dass die Sachen, die weg sind, tatsächlich die Sachen, die man in dem... Äh... Redaktor quasi hat. In diesem Charakter-Redaktor. Ähm... Die kriegt man angeblich zurück. Vielleicht irgendwelche Accessoires, also die wirklich den Charakteren gehören. Und alle anderen Sachen bleiben dann irgendwo nirgendwo. Weil das sind quasi... Auf dem Müllhof sind die Sachen, die quasi den Charakteren gehören. Und die auf jeden Fall gesucht werden. Sagen wir mal so. Aber ich kriege jetzt meinen Fisch nicht wieder. Ich kriege meine Katze nicht wieder. Wo ist meine Katze? Gibt es irgendwie so einen extra Müllhof-Raum für Katzen? Aber Leute, ich habe für euch auch noch ein... Auch ein Lifehack. Mal gucken, ob das funktioniert. Ich habe es nur einfach nur mal gesehen und dachte, ich muss es auch ausprobieren. Auch mit dem Müllhof. Und so. In der wunderschönen Herbst-Location haben wir da ein... Sagen wir mal so... Hexensachen. Wir haben da wenigstens auf jeden Fall einen Hexenhut. Ich versuche jetzt einfach nur die Katze zu finden. Und jetzt versuche ich quasi diesen wunderschönen Hut auf mir draufzusetzen. Also ich habe jetzt einfach nur einen Hut, ne? Und jetzt gehe ich raus. Angeblich, wenn ich jetzt irgendwo in eine andere Location ankomme, wird dieser Hut nicht da sein. Hm. Warum, Herr Himmel? Es suchen wir jetzt. Der Hut soll nicht da sein. Ich bin mir nicht sicher. Vielleicht funktioniert das auch nicht. Also das ist einfach das, was ich gesehen habe. Mal gucken. Der Hut ist da. Der Hut ist da, Leute. Es ist... Okay. Also das war auf jeden Fall ein Bug, was nicht bei mir funktioniert. Aber okay. Das war ein Mythos. Das war ein Mythos. Oder vielleicht soll ich die ganze Location vielleicht wechseln. Vielleicht mal hier hin gehen. So weißt du. Auf die ganz komplett andere Location. Vielleicht fängt es... Fängt es ja damit zusammen. Dass ich komplett irgendwo anders hingehen soll. Nö. Ich habe einen Hut. Also. Angeblich war das ja so, dass man quasi jetzt auf eine ganz andere Location geht. Der Hut ist nicht da. Und der Hut landet komischerweise auf dem Müllhof. So war das. Bei verschiedenen anderen Jüngern. Aber nicht bei mir. Das ist in Ordnung. Ich habe es einfach nur versucht. Ich habe geguckt, ob es bei mir funktioniert. Und das funktioniert nicht. Also war das ein Mythos. Also deswegen, Leute. Nicht Männer. Nicht nachmachen. Oder vielleicht habt ihr diesen Bug auch. Also es kann alles sein. Es kann ja sein, dass es bei mir einfach nicht funktioniert. Aber vielleicht funktioniert es bei jemand anderem. Leute. Ich brauche. Also ich möchte es gerade wirklich nachmachen. Ich brauche dieses kleine Haus. Diese wunderschöne Ecke mit der Toilette. Wir haben ja Küchenteile. Also so Küchenanlagen und so. Und es müssen angeblich, ich glaube, das müsste die, das hier sein. Leute. Ich kann das. Diesen Teil kann ich das. Ich kann umdrehen. Und dann. Oh. Und dann theoretisch kann ich das. Hä? Merkt ihr gerade, wie das Ding steht? Das steht ja wirklich halt in der Wand drin. Und wirklich, dann wirklich was außerhalb von dem Haus. Das ist relativ interessant. Also sagen wir mal so. Wenn ihr das für irgendwas braucht. Aber sobald man das wieder dann anfasst, dann ist es ja weg. Aber vielleicht bräuchte ihr halt, weiß ich nicht. Ihr möchtet ja nicht diese ganze andere Ding haben. Ihr könnt ja zum Beispiel halt das hier. Guck mal. Also das könnte man theoretisch für irgendwas komisches benutzen. Ich weiß jetzt nicht wofür. Aber ich frage mich, ob das auch mit anderen Sachen. Oha, Leute. Das ist richtig cool. Also wenn ihr zum Beispiel die Waschbecken mögt. Hier bei dieser wunderschönen Küchenanlage jetzt. Und zum Beispiel einen Herd gar nicht braucht. Und einen Ofen gar nicht braucht. Tada. Wow. Aber ich gehe sehr, sehr stark davon aus, dass wenn man jetzt rausgeht. Und dann wieder in das Haus reingeht. Dass es dann wieder normal stehen wird. Mal gucken. Oh, ja. Habe ich ja gesagt. Habe ich ja gesagt. Habe ich ja gesagt. Aber ist okay. Ist in Ordnung. Ist in Ordnung, Leute. Also das war, das war, das war verständlich. Aber ich wollte es auch nochmal ganz gut austesten. Vielleicht braucht ihr das für, weiß ich nicht, für so eine ganz, ganz kleine Story oder so. Oder was auch immer. Für ein Haus, wo ihr vielleicht nicht rausgehen möchtet. Leute, ich habe für euch noch ein Lifehack an unserem Bug. Angeblich mal gucken, wie das funktioniert und ob das funktioniert mit einer Waschmaschine. Also wir haben hier eine wunderschöne Waschmaschine. Und jetzt bräuchten wir quasi so ein Spülmittel, was wir hier, warte mal, was wir hier draufstellen. Also theoretisch soll es irgendwo in der Luft bleiben. Erstens, es stellt sich nicht drauf. Das Ding stellt sich nicht drauf. Also jetzt, jetzt hat es sich hingestellt. Aber es soll theoretisch, wenn man hier das lang genug macht, dann soll es in dieser Position stehen bleiben. Also in der Position, dass es quasi jetzt gerade rum, so rum ist. Ich weiß nicht, wie genau das funktionieren soll und ob das wirklich jetzt funktioniert. Aber, also ich gehe wirklich nicht davon aus. Also auf jeden Fall wurde so gesagt, dass das Ding extrem gebackt ist und dass es halt die ganze Zeit hinter dem, der Waschmaschine steht. Das stimmt natürlich. Also es ist ein bisschen schwierig, das Ding auf die Waschmaschine zu stellen. Doch jetzt habe ich es hingekriegt. Aber das dauert halt. Das dauert. Weil es immer irgendwie hinter der Waschmaschine ist oder noch irgendwie. Aber bei verschiedenen, aber bei, aber sonst kann es auch so funktionieren, dass das Ding so stehen bleibt. Richtig komisch. Und das darf man dann nicht mehr benutzen. Aber ist auch in Ordnung. Vielleicht wäre das auch einfach nur ein Mythos, was ich, was bei mir eigentlich auf jeden Fall nicht funktioniert. Das kann natürlich auch alles sein. Deswegen, ich bin da auch nicht mad. Ich bin da auch nicht mad, weil ich bin hier dafür da, um verschiedene Mythen zu auszutesten in Tokaboka. Es gibt auf jeden Fall auch noch ein Mythos. Das will man. Also ich weiß jetzt nicht, was, ob, 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 ob das man, ob das genau an dem Schrank liegt. Aber wir haben diesen wunderschönen Schrank, also oder Regal oder was auch immer. Und wir haben ja ganz, ganz unten hier, haben wir ja die Sachen, die wir quasi selber basteln können. Also das hier. Das sind diese wunderschönen Gratissachen. Also zum Beispiel einen Stuhl, so ein Aufhänger-Ding und ein Bild. Wir packen die quasi hier rein. Drin. Und jetzt sollen wir komplett aus dem Spiel rausgehen. Ja, das habe ich jetzt gerade gesagt. Man soll komplett aus dem Spiel rausgehen. Und das tue ich jetzt. Ich bin gerade aus dem Spiel tatsächlich rausgegangen. Und es lädt jetzt wieder. Jetzt muss ich ein bisschen warten. Und dann muss ich halt wieder in dieses Haus reingehen, wo ich das mal gebastelt habe. Und angeblich sollen die ganzen, also der Stuhl und das Bild und so, diese ganzen Dinger müssen, also wenn man da draufklickt, dann sind die ja dann aufgebaut. Also die bauen sich auf. Und die sollten dann theoretisch, wenn ich jetzt hier reingehe, schon aufgebauter sein. Warum auch immer. Obwohl ich die nicht mehr aufgebaut habe. Ich hoffe mal, dass es wirklich funktioniert und dass es wieder nicht kein KÖMITUS war. Einfach mal was nicht funktioniert. Bitte, 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 bitte. Nee. Nee, das hat bei mir nicht funktioniert. Ist okay. Ist okay, Leute. Ist in Ordnung. Das, that's fine. Ähm, ja. Das hat bei mir jetzt auch nicht unbedingt funktioniert. Vielleicht musste ich nicht komplett aus dem Spiel rausgehen und dann wieder reingehen. Vielleicht war das irgendwie ganz anders gemeint. Aber ist in Ordnung, ist okay. Ich habe immer noch für euch ein paar andere Lifehacks. Natürlich, Leute. Und zwar, wenn ihr dieses wunderschöne Baum... Nicht Baum, ja, das ist ein Baum. Das ist ein Baum, das ist dieser Halloweenbaum. Wenn ihr den vielleicht irgendwie zu Hause hinstellen möchtet... Weiß ich nicht, es ist ja Halloween schon vorbei, das weiß ich schon. Aber wenn ihr da trotzdem irgendwie so Halloween-Vibes habt, dann könnt ihr den quasi so schmücken wie ein Wandersbaum. Und das macht ihr, indem ihr das einfach nur hier mit den Häkchen arbeitet. Also, Leute, wir haben hier diese wunderschöne kleine Häkchen, die ich irgendwo... Also, eigentlich egal, wohin ich hin platziere. Man platziert sie einfach nur irgendwo hinterm Baum und so. Damit es irgendwie interessanter aussieht. Also, sagen wir mal so, ich versuche es richtig schön so nachzumachen. Aber, Leute, Inspiration dafür war tatsächlich der Baum in dem Rüsselhaus. Weil da gibt es auf jeden Fall sowas auch, dass da einfach nur irgendwas rumhängt. Und, Leute, also wenn man das jetzt richtig rummacht... Oh, nein! Jetzt bin ich ja... Oh, Gott, nein! Katja, was hast du jetzt gemacht? So. Also, wenn man das jetzt alles so richtig rumhängen kann, dann sieht es schon ganz süß aus. Also, wenn man jetzt natürlich auch noch alles dunkel macht, dann natürlich wird es noch interessanter aussehen. Wenn man natürlich jetzt noch ein gutes Licht hat und was auch immer, könnte es ganz schöner aussehen. Also, wenn ihr Bock drauf habt, euren wunderschönen Halloween-Baum zu spicken, dann könnt ihr das schön mit den Wandnadeln-Pins machen. Und zwar, wenn wir jetzt gerade schon ein bisschen über ein Gruselhaus geredet haben, dann gibt es da auch was Schönes im Gruselhaus. Auf der ersten Etage gibt es ja eine... Also, erstmal, Leute, hier. Das meinte ich mit dem Baum, was geschmückt wurde. Wow! Tada! Es wurde geschmückt. Genauso wie das, was ich gemacht habe. Dann könnt ihr vielleicht auch diese Kerzen einfügen. Könnt ihr da vielleicht irgendwie so kleine Wandregale machen, wo ihr diese Kerze draufstellen könntet. Alles Mögliche, alles nachmachen, Leute. Wenn ihr Bock auf Halloween habt. Immer noch. Leute, hier in dem Schlafzimmer gibt es ja... Das ist jetzt kein möglicher Secret. Weil ihr wisst eigentlich, dass es hier ein Bett gibt. Aber! Das Secret hängt ganz damit ab, dass man kann auf diesem Bett ja ganz normal hinlegen. Und ganz normal schlafen. Ganz normal vorne auf dem Kissen. Aber man kann auch auf der anderen Seite schlafen. Und das ist so weird und so komisch. Kann ich da zwei Personen jetzt einfach nur da hinlegen? So richtig weird, so richtig... Ja. Warum auch immer? Das finde ich einfach so komisch und interessant, dass es überhaupt geht. Aber Leute, hier können auf diesem Bett, können zwei Menschen schlafen. Und zwar nicht mehr in der gleichen Position. Die schlafen ja einfach nur Füße zu Füße und so. Das ist richtig komisch. Und das waren bis jetzt die ganzen Lifehacks, die ich euch heute zeigen wollte. Wenn ihr noch mehr Bock auf so Lifehacks und Tokaboke habt, dann gerne abonnieren. Glöckchen aktivieren, damit ihr keine weiteren Videos von uns verpasst. Vor allem die Lifehacks, wenn ihr Bock drauf habt. Ich mache auf jeden Fall noch ein bisschen mehr. Also es gibt immer noch ein paar Lifehacks, die ich euch ein bisschen sehr gerne zeigen möchte. Deswegen Leute, auf jeden Fall vorbeischauen. Und sonst Leute, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst uns gerne einen Daumen nach oben da. Abonnieren. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss. Wir machen keine Spaghetti, wir sind Spaghetti. What? Und das ist jetzt wirklich einfach nur so magische Schäde mit einer Limonade drin. Also ich habe auf jeden Fall einen sehr coolen Lifehack gesehen, wie man Schlittschuh-Eisbahn machen kann. Hey Leute, was geht? Katja hier bei Spiel mit mehr Absumgames. Und Leute, ich habe heute für euch ein paar wunderschöne Lifehacks vorbereitet in Tokaboka. Und das ist für mich, für mich persönlich, ist jetzt Freitag da. Das Video, ich weiß noch ein bisschen später, aber ich habe Lifehacks. Und zwar habe ich noch mein Gratis-Geschenk nicht angefasst. Ich habe es noch nicht angefasst. Ich habe heute meinen Tee mitgebracht. Und auf jeden Fall bringt euch auch ein Befehl vorbei, falls ihr Bock drauf habt. Ja, das ist doch glaube ich das Beste, was man machen kann. Einfach einen Tee trinken und Lifehacks von mir angucken, oder? Ja, ich weiß es nicht. Ich schreibe es gerne auf die Kommentare. Und natürlich, wie gesagt, wir gucken jetzt, was wir für ein wunderschönes Geschenk haben. Das habe ich noch gar nicht. Ich habe keine Ahnung. Ich habe gar keine Ahnung. Ich habe gar keine Ahnung. Ich bereuchte Katja erstmal. Sie soll das ja eigentlich, eigentlich annehmen. Da bist du doch schon. Da warst du doch. Hallo Katja. So, wir haben ein Geschenk und ein goldenes Geschenk. Achso, das ist immer noch ein Halloween-Geschenk. Für mich ist die Zellung vorbei. Eigentlich, aber egal. Egal. Was haben wir da? Oha, Pasta-Making-Kit. Also, oh nein, das ist kein Pasta. Nein, wir machen keine Spaghetti. Wir sind Spaghetti. What? Achso. Oh mein Gott. Also, nee, warte mal. Also, ich bin Pasta. Und irgendein Kind wird dann mein Chefkoch sein, oder was jetzt? Zum Beispiel jetzt, warte mal. Ähm. Okay. Das ist aber richtig cooles Partner-Look tatsächlich. Also, wenn ich zum Beispiel einen Sohn hätte zum Beispiel oder ein Kind überhaupt in Duka Wooker, dann wäre das richtig cool. Ich finde das richtig nice einfach nur. Also, ich bin einfach nur, ich bin Spaghetti. Und dieses kleine Junge oder kann ich das Wendel, weiß ich nicht, ist halt das Kochen. Dankeschön. Das weiß ich jetzt Bescheid. Also, Leute, richtig cooles Ding. Auf jeden Fall, wenn ihr noch nicht wusstet, was wir da auf jeden Fall hinbekommen haben. Was wir da bekommen haben in diesem wunderschönen Pack. Dann, äh, gerne vorbeischauen und gerne nachschauen, Leute. Finde ich eigentlich ganz, ganz witzig. Können wir sehr, sehr vieles damit machen. Also, ich mag das. Jetzt gehen wir in die wunderschöne Welt von Duka Wooker. Und zwar mit verschiedenen, auch natürlich ein bisschen gruseligen Sachen. Also, ich habe noch für euch ein paar gruseligen Sachen, die ich auf jeden Fall nochmal auslesen möchte. Ähm, wir gehen jetzt hier in diesen wunderschönen lokalen Shop rein. Ich weiß, ich habe keine Ahnung. Naja, okay, ja doch. Es ist ein bisschen voll. Ist auch egal. Ist aber auch egal. Es ist ein bisschen voll gewesen, aber es ist egal. Weil Leute, ich wollte euch ein bisschen was Cooles zeigen. Also, falls ihr wirklich einen, der da immer noch ein Halloween-Haus haben möchtet oder Halloween, was auch immer. Ähm, könnt ihr für eine wunderschöne, gruselige Party was richtig Cooles gestalten. Und zwar bräuchten wir eigentlich irgendeine kleine Kommode oder so, irgendein Schränkchen oder so, wo wir halt drei Sachen draufstellen können. Wir bräuchten dann hier so einen Limonadenaufsteller. Also Limonadeaufsteller haben wir vom Strandhaus tatsächlich. Das sind beide Sachen vom Strandhaus. Aber, Leute, wir haben bei dem, ich glaube, das war bei dem Licht, oder? Ne, das war bei diesen hier, bei diesen Sachen hier. Haben wir einen wunderschönen Schädel, was wir da draufstellen. Wir stellen es da drauf, damit wir das nicht mal sehen. Ich muss aber, glaube ich, die Limonade so ein bisschen komisch hinstellen. Ja, genau, Leute. Und mein Lifehack da raus ist, stellt euch das mal vor. Also, es gibt eine Halloween-Party, ne? Es gibt eine Halloween-Party, wo Leute irgendwie irgendwas trinken oder so, paar Getränke, paar Essen und so. Und ein bisschen Essen, natürlich. Und, ähm, wir haben einen Getränkeständer. Und dieser Getränkeständer ist einfach nur ein richtig, richtig gruseliger Skelettkopf, also ein Schädel. Und wenn wir es quasi einfach nur hier drauf irgendwas hinpacken, dann, Leute, wir haben hier einfach nur ein Getränk. Also, uh, der sieht richtig gruselig aus. Aber ich glaube, ich muss es in die andere Seite stellen. So, jetzt, jetzt macht das mehr Sinn, glaube ich. Jetzt wird das ganze Raum so richtig gruselig sein. Aber das ist auch, wie gesagt, unser Getränkeständer. Wir können hier Getränke raus trinken. Das finde ich aber extrem gut. Und man sieht ja auch nicht die wunderschönen Limonadengefäße. Das sieht man ja gar nicht. Und das ist jetzt wirklich einfach nur so magische Schäde mit der Limonade drin. Und das macht auch nur sehr coole Geräusche. Nicht Geräusche, sondern sehr coole Effekte. Sehr coole Dampfeffekte mit verschiedenen Farben. Und deswegen, Leute, auf jeden Fall, wenn ihr Bock drauf habt, mal so eine Halloween-Party zu machen, dann macht das mal nach. Macht das mal nach. Ich finde, das ist eine sehr gute Idee. Leute, wir gehen jetzt zu den wunderschönen bisschen Gratissachen. Weil, Leute, ihr, wie ihr wisst, wir gehen jetzt in die wunderschöne Bäckerei. Wie ihr wisst, gibt es ja in Tokabuka sehr viele tolle Rezepte, die man nachmachen kann. Zum Beispiel, man kann wirklich verschiedene Sandwiches machen, alles Mögliche. Aber natürlich, wenn man jetzt zum Beispiel nicht alles gekauft hat in Tokabuka, dann ist es ja so, dass man vielleicht auch nicht alles hat. Und keine Sandwiches oder keine andere Gerichte machen kann, weil halt es ist schon ein bisschen schwierig, wenn du nichts in Tokabuka wirklich hast. Wenn du gar keine neuen Locations hast, wo diese Früchte oder andere Ingredients da sind. Ne? Macht Sinn. Macht Sinn. Und diese Bäckerei, also diese wunderschöne Bäckerei ist ja eigentlich gratis. Wir haben die gratis gekriegt. Und, ähm, Leute, wenn ihr auf jeden Fall nicht wisst, wie man zum Beispiel irgendwelche Pancakes machen kann, zum Beispiel jetzt. Wenn ihr einfach nur gar keine Ahnung habt. Also theoretisch könnt ihr wirklich, guck, 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 ich weiß noch mal, also theoretisch kann ich hier eine gesunde Torte da rausmachen. Das weiß man, glaube ich. Aber, ähm, ich habe ich heute in dieser Bäckerei, gibt es hier ein sehr cooles Hack. Und zwar bräuchten wir zwei Brotscheiben. Wir packen die, stapeln die aufeinander und machen die dann wieder quasi Sandwich da rein. Wir können die auch so hinstapeln, wie wir eigentlich das möchten. Guck uns das mal an. Also das ist schon ein bisschen groß. Wir packen es da drauf. Das ist quasi so, entweder könnte es ein Kuchen sein oder auch so Pancakes. Und Leute, es gibt hier einen wunderschönen Kühlschrank. Hier auch sehr viele coole Sachen, wie zum Beispiel eine Sahne, die wir auch da drauf packen können. Jetzt. Und vielleicht ein Kirsch oder so. Und guckt euch das mal an. Also ich meine, das sieht schon sehr lecker aus. Vor allem, wenn wir jetzt bedenken, dass wir sehr viele Sachen nicht machen können. Deswegen finde ich das eigentlich eine sehr coole Sache. Auf jeden Fall, wenn ihr nicht so viele Ideen habt, welche Rezepte ihr machen könnt oder welche Rezepte ihr überhaupt machen könnt, weil ihr habt einfach nur die Locations nicht, dann könnt ihr hier in der Bäckerei ein bisschen gucken, was ihr wirklich alles machen könnt. Also ich glaube, man kann halt vieles machen, wie zum Beispiel hier so. Was auch immer das hier jetzt ist. Oder weiß ich nicht, ich packe noch ein Baguette drauf. Warum auch nicht? Kann ich noch so ein Kürbisbrötchen machen? Kann ich auch, Leute. Also auf jeden Fall, guckt euch mal an, was ihr hier noch alles machen könnt. Und mit ein bisschen Kreativität und ein bisschen Imagination könnt ihr vieles machen. Könnt ihr vieles machen. Meine Frage ist, Leute, eigentlich, feiert ihr immer noch Halloween? So nach Halloween? Oder ist es für euch so, ob den 31. ist so, stopp. Ich möchte kein Halloween mehr. Ich bin jetzt alles im Weihnachts-Mode. Ich möchte jetzt auf jeden Fall alles Weihnachten haben. Das ist meine Frage. Also seid ihr so eher so, oder meint ihr vielleicht einfach nur so, ich möchte doch was Halloween machen. So weißt du, zum Beispiel so, ja, es ist Halloween schon vorbei, aber noch die nächste Woche drauf ist doch Halloween für mich. Auf jeden Fall eine sehr gute Frage zum Nachdenken. Weil zum Beispiel, also wie ich das jetzt kenne, in sehr vielen Spielen und so gibt es ja immer Halloween-Events. Und die sind halt immer noch eine Woche nach Halloween, wo du dir schon so denkst, so, äh, muss jetzt nicht unbedingt sein. Aber auf jeden Fall wollte ich einfach nur ganz kurz, äh, ganz kurz erwähnen. Wollte auf jeden Fall gucken, wie ihr drauf steht. Und was ihr macht. Aber Leute, wenn wir schon über Halloween reden, oder über, was man halt Halloween nicht mehr gerne haben kann und eben haben möchte, habe ich was für euch Weihnachtliches. Also ich habe auf jeden Fall einen sehr coolen Lifehack gesehen, wie man, ähm, so einen Schlittschuh, äh, Schlittschuh-Eisbahn machen kann. Und ehrlich gesagt, Leute, also das sieht richtig cool aus und, äh, also wie man das zu Hause machen kann. Also, weil Leute, eigentlich haben wir ja das, aber wie gesagt, falls ihr halt nicht ganzen, nicht so ein Pompom-Haus und diese ganze andere Stadt habt, dann könnt ihr eine Schlittschuh-Eisbahn auch wirklich hier machen. Hier, wirklich, diesen wunderschönen Balkon im lokalen Shop kann man für so viele coole, wundervolle Sachen benutzen. Wirklich, Leute. Und dafür bräuchten wir hier in unserem wunderschönen Tisch, äh, bräuchten wir zwei so Tischplatten. Eigentlich ist es komplett egal. Ja, wir brauchen halt zwei Tischplatten, am besten, dass es ein bisschen irgendwas zumacht. Und wir bräuchten diese neuen, auch von dem lokalen Shop, also das ist, glaube ich, fast alles aus dem lokalen Shop und aus dem Weihnachts, äh, Weihnachts-Pack mit den ganzen weihnachtlichen Sachen. Ähm, ja, Leute, warte ich mal ab. Weihnachts-Sachen. Die haben hier schöne, tolle Weihnachts-Sachen. Und zwar stellen wir einfach nur hier in die Mitte irgendwie so einen, äh, wie ist es noch, ein Baum? Ja, genau. Und hier irgendwie so ganz, hier irgendwo hier hin, damit wir das alles nicht mehr wirklich sehen und so, stellen wir noch ein paar Schneemänner da rein. Das ist, das passt doch alles, das passt doch alles. Und, ähm, man kann auch wirklich, okay, das kann ich leider nirgendwo hinten hängen. Es gibt hier keine Wand. Das ist richtig schade. Das ist extrem schade. Aber man kann hier diesen Tisch schön noch dekorieren mit verschiedenen anderen, äh, Deko-Sachen tatsächlich. Macht Sinn, macht Sinn, macht Sinn, macht Sinn. Und, äh, vielleicht auch ein weihnachtliches, weiß ich nicht, weihnachtliches Radio oder so, könnte auch eigentlich sein. Also wirklich einfach nur alles weihnachtliches hinstellen, was man hinstellen kann. Habe ich doch. Guckt euch das mal an. Nein, ich möchte es da drauf stellen. Danke. Und jetzt stelle ich das hier, oh Gott, das ist, das passt doch alles nicht. So, jetzt ist es jetzt symmetrisch. Und vielleicht noch ein bisschen mehr wunderschöne Sachen, die wir noch gekriegt haben. Zum Beispiel aus dem Rustikalhaus haben wir ja so, so eine wunderschöne Lichterkette hingekriegt. Hingekriegt. Wir haben es nicht hingekriegt, wir haben es gekriegt, einfach so gekriegt. Und, ähm, ich packe hier irgendwie so, weiß ich nicht, so ein bisschen gekreuzt da drauf. So, doch, das würde doch schon eigentlich passen. Und, Leute, noch eine wunderschöne Sache zum Eisbaden. Müssen wir, glaube ich, ungefähr Eis mehr machen. Am besten, also, ich würde ja persönlich sagen, das könnte auch eigentlich zu Eis gehören. Aber ich glaube, das muss schon weiß sein. Das muss weiß sein, Leute. Leider. Was könnte wie Eis aussehen? Brauchen wirklich, glaube ich. Ich glaube, das hier, das könnte so am meisten wie Eis aussehen. Und das macht auch Sinn. Das macht auch Sinn, Leute. Äh, ja, also, ich finde das eigentlich eine sehr coole, ähm, ich muss jetzt... Hallo, ich möchte sehr schön Nacht machen. Weil, guckt euch das mal an, wie, wie, wie putzig das hier einfach nur ist. Also, natürlich kann man hier noch ein bisschen andere, andere Bäumchen reinpacken oder so. Vielleicht ein paar anderes Deko oder so. Stellt euch das mal vor. Also, wir machen jetzt hier so zum Beispiel noch so zwei Bäumchen rein und so. Und natürlich, wenn wir halt noch mehr Sachen hätten, dann hätten wir auch vielleicht was anderes dahin gelegt. Kann ich einfach nur diese Sache. Ich kann das leider nicht da drauf hängen. Das finde ich schade. Ziemlich... Oh, warte mal, Gott. Kann ich hier das da drauf hängen? Hier da drauf? Oh, ja. Jawohl, Leute. Ja. Ja. Das ist, das ist meine Sache. Und, Leute, also, für mich sieht das ungefähr aus wie Schneeband. Und deswegen, Leute, das ist, ähm, Weihnachten steht schon vor der Tür. Zu fast. Es ist erst November. Aber, Leute, Weihnachtsdeko war schon seit Oktober da. Deswegen, don't judge me. Don't judge me. Ich bin schon in der Weihnachtsstimmung. So ein bisschen. So ein kleines bisschen. Leute, habe ich noch ein Live-Hack für euch? Ja. Habe ich. Und zwar, ich habe euch doch letztens gezeigt, dass es eine wunderschöne Kommode gibt. Ne, das ist, glaube ich, nicht die Kommode. Das ist ja schuld, glaube ich, das Bett, weil das Bett ein bisschen buggy ist. Also, es gibt hier eine wunderschöne, dieses wunderschöne Bett. Und es gibt noch eine Kommode. Ich habe das letztens gezeigt, Leute. Deswegen auf jeden Fall vorbeischauen. Oder halt auch einfach nur hierbleiben. Und zwar, wir haben die Kommode. Und wir können hier, Leute, richtig einfach stumpf unser Bett halt da drauf so quasi heben. Und ich mache, frag mich nicht, warum, Leute. Ja, frag mich nicht. Das sieht richtig komisch aus. Aber wir können das benutzen für hunderschöne Sachen. Und zwar, ich stelle erstmal in diese Kommode irgendwas rein. Am besten halt irgendwelche tolle, tolle, schöne Sachen. Vielleicht nichts mit Halloween. Vielleicht nichts mit Creepy. Vielleicht ein paar Bücher oder so. Man kann doch da alles hinlegen, was man möchte. So was hier. Vielleicht dann noch so was. Also eigentlich komplett, komplett egal. Hauptsache sieht schön aus. Und jetzt stellen wir das hier hin. Wir versuchen das so zu machen, dass das, ja, so ungefähr. So könnte es eigentlich ganz gut sein. So, ich habe es so hingestellt. Und Leute, jetzt können wir das alles zumachen. Und zwar, also ich habe ja so gesehen, dass man quasi noch als so ein Rücken, Rückenstange, Rücken-Dinge, kann man auch noch einen Sessel nehmen. Also einen Sessel nehmen, in dem Sinne von diesem Sessel. Weil wir machen so einen wunderschönen, coolen, dass das so alles aussieht, als ob das alles in diesem Boho-Stil ist. Und zwar bräuchten wir dafür noch die Wandregale, also die Deckenregale eher. Einfach nur irgendwas Schönes, Schönes basteln, Leute. Das sind einfach nur irgendwelche richtig tolle Ideen. Und zum Beispiel hier könnte man noch was Schönes hinlegen. Zum Beispiel das könnte sogar... Oh, ja, Leute. Oh mein Gott. Ich bin doch einfach nur so... Leute. Leute, das hier könnte quasi als Nachttisch sein. Natürlich, ja, es ist vielleicht ein bisschen viel mehr auf dem... Viel mehr komische Sachen irgendwie, die halt einfach nur die ganze Zeit rumhängen. Aber es ist egal. Hauptsache, es sieht gut aus, ne? Das ist doch das Typische, was man immer haben muss. Oh mein Gott, wo sind die denn? Ja, diese wunderschöne... Diese wunderschöne Lichter, die finde ich richtig toll. Die finde ich mega. Ich versuche, die auch wirklich symmetrisch reinzufacken. Das ist immer bei mir so ein... So ein bisschen tricky. Schön symmetrisch. Leute, und natürlich, wir müssen ja halt unten noch ein bisschen das ausgleichen. Warum sieht das so komisch aus? Also, wir gleichen das mit schönem Blanz dann. Damit es ja perfekt ist. Ich kann es auch vielleicht so machen. Guckt euch das mal an, Leute. Also, ich finde das als so eine schöne Idee eigentlich relativ cool. Und wie gesagt, ich liebe das total, wie das dann... Also, sieht vielleicht ein bisschen komisch aus. Ähm, mit der Kommode. Aber, das ist quasi dann so, als ob dann irgendwie so was unterm Bett ist und so. Vielleicht noch so ein Schränkchen unterm Bett. Man kann da vielleicht auch einfach nur so Aufbewahrungskörbe reinpacken. Mit vielleicht, weiß ich nicht, Bettwäsche. Kann man so ungefähr so tun, als ob das so was ähnliches ist. Deswegen, Leute, auf jeden Fall, äh, macht das mal nach. Und macht auch verschiedene andere Sachen nach. Also, vielleicht nicht unbedingt so, wie ich das gemacht habe. Deswegen, schreibt es auf jeden Fall gerne in die Kommentare, was ihr so gemacht habt. Und sonst, Leute, ich hoffe, ihr hattet ein sehr schönes Halloween-Fest. Und schreibt auch gerne in die Kommentare, was ihr alles da so gemacht habt im Halloween. Vielleicht, vielleicht wart ihr einfach so alleine zu Hause. Habt ihr was, weiß ich nicht, irgendwas gezockt. Vielleicht Roblox oder vielleicht auch Druckerboker. Vielleicht wart ihr mit einem Freund unterwegs. Vielleicht wart ihr was auch immer. Weiß ich auch alles nicht. Ihr könnt alles mögliche machen, Leute. Auf jeden Fall, schreibt es gerne unten in die Kommentare rein. Und sonst, Leute, wenn euch das heute das Video gefallen hat, dann lasst uns gerne einen Daumen nach oben da. Abonnieren, Glocke, die wir nicht vergessen. Und wir sehen uns zum nächsten Mal. Beim nächsten Mal. Bei einem Live-Video oder so. Tschüss. Was passiert da? Ich mach das nochmal. Und wow! Das sieht einfach richtig komisch aus. Wie ein Buch oder so. Ah, was ist das? Was ist das? Kann ich auch... Nein! Hey, Leute, was geht? Katja, ich bin bei Spindlerz und Games. Und, Leute, ich hab heute für euch ein paar Lifefacts, Secrets und Bugs in Tokaboka vorbereitet. Ich habe heute für euch viele coole Sachen, auf jeden Fall, die ich unbedingt nachmachen möchte. Und zwar, die Lifefacts sind einfach nur wirklich für mich persönlich wirklich gefühlt die Besten. Es sind sehr coole Lifefacts dabei. Und zwar, ich würde mal sagen, ich starte mit sehr komischem Bug. Ich glaube, ich mach mir... Hallo! Ich mach mir unseren neuen lokalen Shop. Das ist ja nicht mehr neu. Das ist ja nicht mehr neu. Das Neueste, was rausgekommen ist, ist tatsächlich ja das Möbelpack. Das ist ja das Neueste, was rausgekommen ist. Aber es ist nicht so schlimm. Weil da möchte ich auf jeden Fall euch mal so ein Lifefacts zeigen, wie man was wirklich Schönes baut. Schön passend zum Halloween. Aber bis jetzt bräuchten wir einfach nur irgendeine Location. Und zwar bräuchten wir ein Herd. Also eigentlich egal, was für ein Herd. Ich glaube, ich kann auch das hier das Creepyste benutzen, was es überhaupt gibt in Tokaboka. Ich brauche ein Glas. Und ich brauche die Javsauce. Ich habe die hier nicht. Oh no! Ich hab die hier nicht. Dann müsste ich die leider rausgehen. Ich muss leider rausgehen und die Schafesauce nochmal holen. Aber das mache ich jetzt sofort. Bis gleich. So, ich habe jetzt die Schafesauce mitgenommen. Und zwar von einem wunderschönen hier. Von einem wunderschönen Stand. Leute, wenn wir diese Schafesauce in ein Glas reintun. Und einfach so passiert hier gar nichts. Also die merkt gerade. Die ist einfach scharf. Die ist einfach scharf. Am besten benutzt man die nicht. Aber sobald man die auf den Herd stellt. Buh! Explodiert die! Wie ist das? Was passiert da? Ich mache das nochmal. Und Buh! Ja, fragt mich nicht. Ich habe keine Ahnung, warum das explodiert. Das ist richtig komisch. Aber Leute, es tut es. Es explodiert. Ja. I don't know. Ich habe keine Ahnung. Und wisst ihr was? Ich wollte einfach nur ganz kurz. Ich habe einfach nur ganz kurz was gesehen. Ich glaube... Oh Gott, dieser Kühlschrank ist auch von innen drin. Einfach gruselig und wirklich eklig. Das wollte ich nun ganz kurz euch mal zeigen. Dass der Kühlschrank... Der Halloween-Kühlschrank einfach eklig ist. Auch von der anderen Seite. Auch von innen. Auch von innen. Innen. Aber Leute. Ist auch egal. Weil ich wollte euch heute mal was ganz kurzes zeigen. Und zwar... Diese wunderschöne Skeletons. Wir haben hier so drei wunderschöne Skeletons. Einmal in gelb. Einmal in pink. Und einmal in so ein türkis. Oder gelb. Oder grün. Oder das gelb ist auch ein bisschen grün. Aber Leute. Die bewegen sich. Sobald man die so wirklich anfasst, bewegen die sich. Was schon gruselig genug ist. Aber Leute. Ich wusste jetzt eigentlich nicht. Und vielleicht wusste ihr das auch nicht. Sobald man hier nachts macht. Die leuchten aber extrem krass. So richtig neon-neonfarben. Das finde ich mega toll. Und mega interessant. Genau das... Nicht... Also okay. Nicht genau das gleiche. Aber wir haben hier bei den Spielzeugen auch einen wunderschönen Teddybär. Das habe ich schon mal gezeigt. Aber das zeige ich nochmal. Wenn die schon dabei sind. Es ist extrem süß und richtig nice. Aber sobald man hier nachts macht. Sieht auf einmal so aus. Ja. Genau. Das ist ja total normal. Und jetzt ist es noch ein ganz normaler Teddybär. Ja. Auf jeden Fall sehr, sehr komische und sehr, sehr gruselige Sachen haben wir immer noch mit unseren wunderschönen... Sachen. Und Leute. Bevor ich jetzt noch zu einer von den größten Sachen hinkomme. Von einer großen Sache. Das ist nicht unbedingt ganz groß. Aber ich möchte es auf jeden Fall mal nachmachen. Ich habe es aber nur gesehen und dachte immer so. Ich muss es nachmachen. Aber bevor ich da drauf jetzt komme, bräuchten wir einen Teller. Aber das ist nicht wirklich ein Teller. Das ist quasi dieses wunderschöne Teller von Hello Kitty, glaube ich. Oder? Es ist schön mit Herzchen. Es ist sehr interessant. Und Leute. Wir brauchen jetzt ein Ei. Und wir brauchen erstmal Bacon. Und wir brauchen Eier. Wenn wir Eier und Bacon zusammen machen, dann bekommen wir hier so Bacon Eggs. Eigentlich ganz cool. Wenn man das auf dem Teller haben möchte, dann schmeißen wir das einfach nur auf den Teller und dann sieht es richtig gut aus. Aber nicht auf diesem Teller. Auf diesem Teller gehen die ganzen Sachen ein bisschen anders. Auf diesem Teller stellt es sich komplett anders drauf. Das sieht einfach richtig komisch aus. Wie ein Buch oder so. Ja, Spiegelei steht auf dem Salat. Das ist das Komischste, was ich jemals hier in Tokabuka eigentlich gesehen habe. Eins von den komischen Sachen. Eines von den komischen Sachen. Okay, ich gehe jetzt aber trotzdem. Ich muss jetzt einfach nur das mal nachbauen. Ich habe hier einfach nur gesehen, wie man in Tokabuka genau hier, weil es einfach eine perfekte Location ist, für einen Wald. Wie man einen Wald nachmacht. Einfach nur auf dieser wundervollen, wundervollen Location, wie man einfach nur in einem gruseligen, gruseligen Wald nachmacht. Mit sehr schönen, weiß ich nicht, sehr schönen Bäumen. Weil wir haben ja, also so, und auch mit ein paar Gräbern. Ja, das kann ein bisschen komisch sein und kann ein bisschen gruselig sein. Aber das ist the thing. Das möchten wir. Das möchten wir tun. Wir möchten, dass es gruseliger aussieht. Das möchten wir auf jeden Fall, Leute. Aber, Leute, wir brauchen ein paar Sachen. Und zwar, ich wollte tatsächlich, glaube ich, diese wunderschöne, ganz hinten, diese wunderschöne Sache machen. Und dann brauchen wir, brauchen auf jeden Fall diese Sachen. Ich habe keine Ahnung, wie die heißen. Einfach irgendwelche komischen Sachen und so. Komische Wände, die wir hier noch haben können. Und ich packe sie einfach nur irgendwo hin. Aber ich weiß, trust the process, trust the process. Guck mal, ich mache das jetzt alles dunkel. Das Problem ist, wo ist der Baum hin? Ach, hier. Okay, es ist jetzt... Warum auch immer? Warum ist es hier eigentlich? Das verstehe ich gerade wirklich gar nicht. Aber die Bäume hier, die sind schon richtig, richtig gruselig. Und richtig, richtig krass groß. Leute, aber wirklich, das ist mega. Und natürlich, was wir noch alles bräuchten. Wir bräuchten die wunderschönen Gräber, die wir hier überall haben. Leute, das wird einfach sowas von ein sehr krasser, so ein Friedhof einfach nur. So richtig, richtig toll für so ein Halloween... Halloween, äh... Halloween-Friedhof. Ja, genau. Also, am besten wäre es ja noch richtig viel, viel, viel cooler, wenn ihr noch andere Sachen von anderen Locations mitbringen würdet. Zum Beispiel ein paar Büsche oder so oder noch irgendwas. Aber mit diesen wunderschönen Sachen kann man auch eigentlich komplett richtig gut arbeiten. Weil die sind ja auch relativ sehr interessant, sagen wir mal so. So, und natürlich, da packen wir noch, weil wir das eigentlich haben, wir packen sehr viele Teppiche. Wir haben ja noch so Steinteppiche und die würden, glaube ich, hier am besten tatsächlich hinpassen. Also, finde ich zum Beispiel, ich bin mir nicht sicher. Aber, ich finde das schon. Ja. So, okay, das sieht jetzt schon mal besser aus. Und jetzt wirklich, wie gesagt, ich bräuchte auf jeden Fall ein paar... Äh, ein paar Steinsachen hier. Ach so, eww. Eww. Okay, warte mal. Das kann ich so machen. Jawohl. Ach so, ich hätte vielleicht hier die ganzen... Okay. Ist ein bisschen alles schwierig, ein bisschen alles tricky, aber wir kriegen es hin. Wir kriegen es hin. Und jetzt, wir haben noch viele andere tolle, komische Sachen. Und zwar wie, weiß ich nicht, vor allem hier in diesem... Wir haben hier ein paar Schädelköpfe oder was auch immer. Wir können das einfach nur wirklich einfach nur irgendwo drauf packen. Das ist ein bisschen komisch, das weiß ich. Aber ist auch egal. Ist auch egal. Vielleicht ein bisschen auch, was sich auf jeden Fall noch... Was sich auf jeden Fall noch rentieren wird. Rentieren? Ähm, ein paar... Müll. Kartons, irgendwelche komische Sachen und so. Wirklich, man kann alles mögliche machen. Vielleicht hier irgendwie so ein paar... Ein paar einfach nur Müll, einfach nur Müll irgendwie reinpacken, so. Weil damit es aussieht, so aussieht, als ob es halt so ein typisches... Wie traurig das einfach ist, so ein typisches... Ähm, typisches, ähm, so ein typischer... Friedhof. Mein Gott. Ich vergesse einfach nur die ganzen Wörter. Aber ich frage mich gerade, haben wir noch nicht mit so richtig komischen Sachen... Wie hier zum Beispiel so ein... So ein Pizzastückchen so bekommen, was so auch so komplett komisch ist. Warum auch immer. Ähm, dann haben wir noch hier... Naja, aber hier haben wir nichts mehr hergekommen. Vielleicht hier irgendwas richtig, richtig gruseliges. Was wir noch benutzen können. Nee, ich glaube nicht. Aber vielleicht hier. Jawohl, natürlich. Irgendwelche sehr, sehr, sehr komische Sachen. So richtig, richtig eklige... Dinger. Hallo, ich möchte jetzt die ganz hinten, die ich habe. Jawohl, jetzt müssen wir jetzt... Woll, ja. Guckt euch das mal an, Leute. Ich weiß, es ist jetzt noch gar nichts, aber warte mal, warte mal, warte mal. Tada. Tada. Wir haben zwei Lichter. Und jetzt machen wir es dunkel. Tada. Also, ich finde, das sieht mega aus. Das sieht richtig, richtig creepy aus. Wie ein Wald gefühlt. Auf jeden Fall nachmachen. Natürlich halt, wenn ihr noch andere Sachen habt von verschiedenen anderen Locations, dann wird das noch interessanter sein. Aber ich finde jetzt schon einfach nur... Es ist einfach eine mega Location für einen gruseligen, gruseligen Friedhof. Könnt ihr alles nachmachen. Was ich auch noch letztens mitbekommen habe, was richtig komisch war. Und zwar auf dieser eine von den Halloween Locations. Wir haben jetzt keine neue Halloween Location bekommen, aber das ist auch eine gruselige Location, wo wir auch einen Hexenbesen haben. Wir haben einen Besen, womit wir fliegen können. Und zwar befindet sich das hier. Und Leute, wir müssen den Wunderschenbesen anmachen. Ja, es geht auch an. Und man kann sich draufsetzen. Und Leute, sobald man hier genau in diese Richtung schaut, dann werden alle Gegenstände, ich glaube alle Gegenstände, wenn man die in die Hände nimmt... Leute, es ist extrem komisch. Guckt euch das mal an. Und die ganzen Gegenstände werden einfach nur auf einmal andersherum hingestellt... Hä? Und das ist nicht mal nur... Das ist wirklich alles. Man kann alles damit machen. Ich glaube wirklich, da sind... Hä? Okay, das ist jetzt nicht unbedingt das, was mir... Vielleicht das hier? Das ist auch richtig komisch. Warte mal. Ich bräuchte noch ein paar andere Sachen, die ich auch noch in die Hände... Ah, was ist das? Was ist das? Kann ich auch... Nein! Leute, warum auch immer passiert das? Ich verstehe das wirklich alles gar nicht. Aber anscheinend, wenn man in diese Richtung guckt. Ja. Iiiiih! Oh nein, jetzt... Oh, und jetzt auch, wenn wir nicht auf dem Besen sind, dann sind die Gegenstände in unseren Händen genauso. Aber ich glaube, sobald man die dann wieder... Ja, sobald man die dann wieder loslässt und wieder in die Hand reindrückt, dann gibt es... Dann ist es wieder ganz normal. Leider ist es wieder ganz normal, Leute. Auf jeden Fall probiert das mal aus, wenn ihr die Location habt. Ich finde die Location auch richtig cool. Da kann man sehr viele tolle Sachen machen. Und ich finde das an sich auch sehr interessant, warum auch immer das jetzt überhaupt so passiert mit diesem wunderschönen Besen. Keine Ahnung, frag mich nicht. Ich habe keine Ahnung, warum das so ist. Das ist extrem komisch. Und was ich noch gesehen habe, was vielleicht auch für eure Halloween-Builds mega relevant sein könnte, ist tatsächlich eine... Warum auch immer... Warte mal, ich muss hier. Also hier haben wir ja quasi so ein wunderschönes Ding, wo man einfach nur hier ein bisschen grillen kann, chillen kann. Quasi so eine Terrasse und so. Und ich habe mal gesehen, dass da jemand was sehr komisches nachgebaut hat. Und zwar vielleicht... Das sieht richtig komisch aus. Warte mal, ich mache mir das nach Tag. Also in die Mitte wurde einfach nur Feuer dreingestellt. Und drumherum... Diese Bärchen. Aber warte mal, ich glaube, ich muss die Bärchen erstmal inpacken. So drumherum, wirklich. Also wirklich drumherum. Drumherum. So, so. Oh mein Gott. Das ist jetzt schon gruselig. Also, ihr habt das gemerkt, ich habe das richtig drumherum hingestellt. Also die ganzen Bärchen sind jetzt einfach nur drumherum. Und wir machen jetzt Feuer. Und das sieht jetzt aus, wieso, weiß ich nicht. Sowas richtig gruseliges. Also stellt euch das mal vor. Ihr seid ja einfach nur hier in dem Haus. Das ist ein Horrorhaus. Ihr kommt mal raus und seid so, oh, es sind überall Teddybären. Drumherum eines Feuers. So, okay, passiert. Aber sobald man nachts macht, das wird gruselig. Das wird einfach gruselig. Und Leute, ich wollte das mal ganz kurz nachmachen. Weil ich das wirklich... Ich habe das mal in einem Live-Video gesehen. Und ich dachte mir so, boah mein Gott. Das muss ich auf jeden Fall auch in meinem Video mal rein. Ich muss wirklich aber bei euch mal erzählen. Auf jeden Fall, wenn ihr in diesem... Wenn ihr in dieser Location seid. Und hier ein Halloween-Haus macht. Das Ding ist, bei mir ist immer, ich habe gar keine Ahnung, was ich immer draußen machen kann. Und was ich immer draußen machen soll. Jetzt mittlerweile haben wir jetzt neue... Neue Gräber bekommen. Und neue richtig komische, gruselige Sachen bekommen. Die finde ich... Das finde ich richtig wundervoll, dass wir das jetzt alles haben, Leute. Deswegen können wir das auch alles benutzen. Aber jetzt mittlerweile können wir auch sowas benutzen. Ja, mhm, mhm, mhm. Ja, das ist das Gruseligste daran, glaube ich. Aber das passt auch alles. Und guckt euch das mal an. Jetzt mittlerweile ist halt das ganze Spiel so komplett anders. Und das sieht richtig, richtig gruselig aus. Ich würde in dieses Haus nicht reingehen. Auf jeden Fall nicht. Leute, Leute. Ich glaube, es reicht bis jetzt an den wunderschönen Halloween-Hacks. Und, ähm... Ich dachte einfach nur, ich muss ein paar Hacks zeigen. Aber die, die so krass gruselig sind und müssen die auf jeden Fall... Ich möchte, ich möchte, wie wir das machen. So, Leute. Und sonst, ich würde mal sagen, wenn ich auf jeden Fall, wenn ihr auf jeden Fall ein paar Live-Hacks oder so gefunden habt oder Secrets, Geheimnisse oder Bugs oder was auch immer, die ihr auf jeden Fall mir erzählen möchtet, dann schreibt gerne unten in die Kommentare rein. Sonst, Leute, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst uns gerne einen Daumen nach oben da, abonnieren, die wir nicht vergessen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss!